ja ich komme hier nicht rüber na gut dann finden wir schon einen anderen irgendwie komme ich da rein irgendwie geht das schon hier ist gut ist da irgendetwas sonst würde ich da nicht hingehen Scheiße immer dieser Mist die Kuhle Kante fallen lassen durch dieses Rohr läuft irgendeine Flüssigkeit ja dann dutsch doch mal dran konntest ja mal eben machen das ist ja wohl im Mund ne das Stückchen hier also wo ist denn dann rumlullern und dann passt das ohne Kante mach ich das mal Alter geht das tief runter ja oh da sind schon die ersten da einer und der war mager einer ja der ist ganz tief unten ja nein hier können wir nicht runter sollte ich auch nicht machen dann hat der Bumse gemacht ja da hat der ganze viele Bumse hat der wieder Bumse gemacht ja aber das sieht ganz übel aus für da runter würde ich sagen ja wahrscheinlich die erste zu sein der einen Eingang gesucht hat ach äh hier ist Wasser ok ne dann wollen wir mal hier rein genau ich hab mal geguckt jetzt mit den Pfeilen das ist dann doch ganz schön für die äh guten Pfeile brauche ich für den Bogen brauche ich 5 und ich zeig das kurz ich weiß nicht ob euch das interessiert aber äh ja halt so hier brauche ich nur eine Scherbe und 2 mal Holz für einen Pfeil so und hier brauche ich 5 mal Holz und 10 Scherben und für die ganz guten ist da oben dann brauchst du 10 Holz 8 Scherben und 5 mal Draht und für die hast du dasselbe Beute Pfeile ich probier die mal aus wenn das klappt dann ist das doch ok dann kann ich sparen naja ob man dann äh sterben wo ist der der kann mich noch gar nicht sehen gut naja ja die sind alle schwanzgierig äh ganz schwierig meine ich ähm halten sie überbrücken tun wir roh roh tschüss oh die taugen ja gar nichts die Maschine ist schneller aber schon auch schnell müde also das könnte ich müsste ich mir wahrscheinlich überlegen gut so ist es gut kann ich dir auch nicht sagen so müssen wir mal gucken hopp äh das war glaube ich nichts sondern Zweck der Übung mehr oder ich glaube jetzt habe ich mir selbst ins Knie geschossen ja ich muss da erst wieder hoch ja ich denke machst du da mal schlau aber naja prima Kerl na komm schon komm runter so dann gucken wir mal wo die anderen hier sind nirgendswo ich glaube das lassen wir mit denen pfeilen ich probiere trotzdem mal weil wenn ich obwohl wenn ich davon selbst wenn ich davon von 3 bräuchte wäre das immer noch günstiger als mit den guten Pfeilen was rauscht denn da ist das dein Blut das ich zum Rauschen bringe mhm doppelte 25 Öcken ja weil ich die sofort vernichten muss leider ja ich glaube 50 sind die wert ne ja dann gibt das 25 Öcken ja mal hier drum bleiben ok da geht es nicht rein da auch nicht aber da ja dicker immer in so Dinger reingehen finde ich immer herzterreißend ja nö wollen wir nicht nö 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 ähm halt überbrücken ja hu�� da brauchen wir ein oh ein Verwüster na lecker ich glaube das soll Wir müssen irgendwie durch diese Hülle kommen. Ja, machen wir ja auch. Das werden wir auf jeden Fall nie auf die Leichtbeständen verwüster. Hallo? Geht's noch? Nee, das ist er nicht. Aber da kommt er jetzt. Sag mal, was ist das für ne Scheiße? Er erwischt. Ja, dann kommt er doch. Ah. Wo ist der? Er wartet doch nur, bis ich um die Hülle kommt. Er versteckt sich, die feige Sau. Okay. Ja, was ist der Knaller? Ja, da kann ich ja nichts machen. Ich kann ihn einfach nicht sagen. Ich kann ihn looten schon mal. So, du hängst. Hängst du nicht? Ja, 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 ja. Wo kommt der jetzt? Warum kann ich... Warum treffe ich den so scheiße? Aua, aua, woa, 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 woa. Komm her! Jetzt wirbel ich dir ne Wolle in den Bad. Boah, das ist erledigt. Mann. Nee, sag mal. Ich muss doch die guten Pfeile nehmen. Ja, das ist blöde. Aber gut, ist nicht zu hindern. Wo muss ich jetzt weiter? Klar, könnt ihr jetzt sagen, ja, das hat doch schon mal durchgespielt. Ja, hab ich. Aber... Ich weiß nicht. Oh. Oh. Aber das nützt mir auch herzlich wenig. Ja. Kann ich nicht mitnehmen. Schade. Ich hab mich schon gewundert, warum der den da schießt. Und da kam ich. Und da muss ich... Okay. Nu, komm schon, du blöde Kuh. So. Mann. Der ist doch wahr, ey. Bei so einem Spiel darf sowas nicht passieren, dass das so träge reagiert. Oh, da reg ich mich auf. Du bist der... Der ist doch wahr. So, also. Geht da. So, und jetzt muss ich da rüber. Ja, das will nicht so ein Problem sein. Hopp. Ey, sag mal, das meine ich. Wie kann das passieren, dass die daneben greift bei so einem Spiel? Mach nur weiter so. Dann fliegt das Spiel gleich irgendwo in der Ecke. Okay. So sollte ich durchkommen. Wenn du das sagst, dann ist gut. So, trotzdem kommen wir mal hier. Was ist denn hier? Ah. Gut, dass wir nachgeguckt haben. Aber zehn. Zehn Prozent. Das ist, äh, nachgangs... Oh, jo. Das ist ne blaue. Okay. Jetzt kommen wir da durch. Vorredo. Achso, ich muss ja wieder nach... Ich hoffe, ich bin ein Vollhonk. Ja. Jetzt muss ich sagen, ich bin ein Vollhonk. Ja. Das hätte ich ein bisschen durchdenken können. Ja. 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 Hilf mir. Der Typ ist voll der Hom. Kannst du doch mal da... Ey, warum greift ihr da nicht an? Ah, endlich. Also... Naja. Gut. Lassen wir das. Ich glaub... Ja. Okay. Ach, jetzt kommt die Stelle. Ja. Zack. Das weiß ich noch nicht, weil es mehr wie ich die geschafft hab. Ich glaub, ich bin... ...nicht da oben, sondern... ...ja, hier lang. Ja, hier bin ich lang. Ganz genau. Ja, 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 ja. Vielleicht muss man das sogar. Und das Ding ist da oben nur ne Täuschung. Möglich ist das ja. 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 Da ist auch noch einer. Aber das waren doch nicht nur die drei. Obwohl, das ist ja im Grunde, das sind ja auch Bullrücken, ne? Also... Das ist nicht ohne. Ich muss den sofort erwischen. Wollt' ich den nicht ranlocken? Ne. Okay. No, 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 no. Genau. Genau, dieses mal nicht schätzchen. So, nicht... ...nicht mit mir. Oh, yo! Wo ist der? Ja. Oh, ja. Jetzt mach ich... Wollte ich das schnell machen? Und was passiert? Genau das. Deswegen mach ich da nicht mehr. Null. Äh... Okay. Hier kann ich runter. Ja. Ah, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Ja, die ist mir jetzt eigentlich egal, die Wächterlinse. Außer ich werd sie brauchen. Dann, äh, hab ich ein kleines Problem. Oh, was weiß ich, wenn ich Sachen kaufen will oder irgendwas anderes. Und dann fehlt sie mir. Das ist... Ah, ich glaub ich hab das jetzt schon zum... ...hunderttausendsten Mal gesagt. Ja. Ähm... Was ist das für Sänger? Ja, das sind eigentlich alles seltenere, aber... ...Sägezahnlinse, Langbeinlinse... ...Brüllrökenverderber... ...ja, die will ich wirklich nicht. Das ist... ...Kristallgeflecht... ...Versänger... Ich hau nichts doppelt... ...was ich jetzt wegpacken könnte. Ja, ich muss das machen, geht nicht anders. Zack. Ja. So, damit wenigstens etwas frei ist. Da müssen wir weiter. Und immer weiter auf der Leite. Ja. Was war denn hier nochmal drin? Mit seinem Donnerpuffer? Ich glaub ja. Da hab ich Vorkehrungen getroffen, als wenn ich gegen ne Alba am Weg geht. Ja. Langbein... Na super, ich bin doch ne Frucht! Boah! Boah! Ja, du hast jetzt aufgenommen geworden, Alter. Wie langbeine sind denn hier? Nein, das ist nur einer. Ja. So. Kommt der jetzt da? Kann der hier... Ich seh das durch das Licht nicht. Nein. Ein bisschen kleiner. Der wär nicht schlecht, wenn der jetzt kommen würde. Bleibt der nah, oder? Kommt der da hoch? Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Jetzt komm aber. Ja. Ja, das war jetzt mal mit. Hier hab ich drei, ne? Ja. Da ist ein... Wächterneuer. Und da ist noch ein Langbein. Kommt hier hoch. Jo. Jetzt hab ich ihre Aufmerksamkeit. Jetzt hab ich ihre Aufmerksamkeit. Ist der andere noch da unten? Ja. Haben wir erledigt. Ja, ich... Na ja. Äh, äh, wo ist denn der? Hallo? Wo ist mein Langbein? Na toll. Da ist der da runtergefallen. Echt klasse. Find ich ja riesig. Find ich echt riesig. Da ist er. Wo komm ich denn dann runter? Ja, komm ich. Okay. It's okay. Ah, die nächste one. Halt. Wo komm ich denn hier? Wo muss ich hin? Und, 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 und... Wie muss ich was? Ja, weil hier geht ja über allen Weg lang. Da hinten, da... Hier überhaupt. Tja, wir müssen mal sehen, wo ich her muss. Ich schätze mal da durch auf jeden Fall. Ja. Hier ist... Nichts mehr. Hoch nicht. Oh, das ist also wieder ein bisschen, so ein bisschen, äh, ne? Komisch. 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 Wir gehen jetzt erstmal hier komplett lang. Da kann ich nicht. Uh, 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 uh. Mit... Was? ω... Ich bin doch echt der Hellste. Hammerwerfer, ey. Nicht so ein Lux-Bolz. Komm ich nicht hoch. So, dann haben wir das jetzt wenigstens geklärt. Ja, so. Jetzt werden wir Was ist das denn? Was machen die denn da? Aha, die arbeiten, obwohl... Okay, ja, verstehe ich. Kann ich verstehen, doch. Das sieht aber auch steil aus. Alter Schwede, richtig schön geil. Ja. Was haben wir denn noch? Ah, ich sehe schon, dass ich noch mal drücken muss. Ach, da muss ich doch jetzt sagen, ja. Ach, siehste, habe ich gar nicht drauf geachtet, auf die Art. Nö, absolut nicht. No way. So, und da ist es jetzt auf. Ich nehme mal an, da muss ich jetzt her. Ja, ja. Ja, muss ich. Okidoki. Dann werden wir das tun. Moment. Oder unten. Ja, doch. Da ist noch mal zu überbrücken, ne, oder? Meine ich dann nur. Ja, das sah nur so aus. Ok. Hier, Schmutzbockel, ihr täuschen. Das geht man gar nicht. Das verkrafte ich gar nicht. Ne. Ähm. Ok. Achso, gleich jetzt. Ja. Grünau. Na, endlich begreift das Mädel mal, wie es geht. Oder ich verstehe es. Ja. Lohe, ey, komm her damit. Gib, ich, ich, gib dir eine Scherbe dafür. Oder zwei. Joa. Wo? Alter, wo muss ich denn jetzt her? Ich sehe jetzt keine Hand mehr. Ne, wo muss ich denn jetzt her? Ich muss mich auf dem ganzen Scheiß gucken und dann habe ich keine Hand mehr. Keine Hand. Hat sie ausgehatt. Hat er gehabt. Ganz schön flach die Dinger, halt die Banken, das Spiel. Hohohohoi. Oh, jetzt habe ich Sahne gehabt. Das war ja wohl eine Sauerei, oder? Sieht gut aus, wenn man da hochgeht, ne? Heimat, deine Sterne. Da sieht gut aus, was zum Überbrücken, aber bin ich da richtig. Wo denn? Da unten, ich sehe es gerade. Aber ich glaube, das ist ein Donnerkiefer. Ich glaube, das ist ein Donnerkiefer. Ne, ein Schnappi. Schnie, schna, schnappi. Okay. Okay. Ein Schnapp-Maul. Okay. Eureka. Was ist hier rückens, Leute? Ja, Licht aus. Spot an. Und hier kommt sie. Ja. Da muss ich hin. Okay. Ja. Muss ich jetzt da runter? Aber bezweifle ich ganz. Muss ich hier lang? Ich. Klar muss ich. Halt, Moment. Vielleicht muss ich da irgendwo nicht dran runterhangeln oder so. Aber bis jetzt. So. Ne, ich will das nicht. Kann das nicht sein, oder? Doch, kann sein. Weißt du, wer die Arschlecke? Komm. Wir rasen da jetzt runter und wenn ich draufgehe, gehe ich drauf und fertig. Ja. Na, ich bin so zu lachen. Das ist doch mal. Zack. Stopp. Ja, und deswegen die Hallkräuter. Los, hin da. Naja, das war klar. So erhol dich. Zack. Gut so. War das gut so? Keine Ahnung, ob das jetzt gut war. Nee. War glaube ich nicht so präquend. Oder doch. Nehmen wir den Weg da. Klappt da glaube ich auch für den Nachbarn. Ja. So ist er doch präquend. Hier kann keiner hin, keiner hoch, keiner drum, keiner dran. Jetzt muss ich kämpfen. Was ist denn dicke hier, ey? Drei sind das. Wo ist der andere? Ach so, dann ist er da drin. Ho ho. Ganz sicher ledig Kumpel. Was? ARD Text im Auftrag von Funk